Er hat den Shoots geweckt! Du schießt nicht! Verdammt! Verdammt! Das nervt! I follow! Ich möchte auch gerne Shoots schrauben! Hört man das eigentlich gerade in der Aufnahmevideo an? Ja, hört man die ganze Zeit! Das ist schon wieder jemand gestorben! Aber jetzt ist das ja so, dass wenn ich... Es ist ja jetzt nicht so, dass... Da ist jemand gestorben! Also ich muss jetzt immer zweimal drücken, um wieder zu reden. Und kann nicht einfach gedrückt... Gibt's auch, dass wenn ich einfach nur gedrückt halte, dass ich dann gemütet bin und sobald ich loslasse wieder nicht... Also wieder endgültet bin? Gibt das auch? Nein, gibt's nicht! Einfach nein! Gamer, lebst du noch? Achso, Gamer ist der Traitor, das würde ich ehrlich sagen! Gamer ist tot anscheinend! Gamer ist Traitor! Gamer ist tot anscheinend! Und Gamer ist Traitor! Ah! Ja, was denn jetzt? Gamer ist Traitor und nicht tot! Geh ich von aus! Ja, was denn jetzt? Nicht tot? Nicht tot! Wo ist der denn? Keine Ahnung, ich such ihn, aber er ist bestimmt nicht tot! Keine Ahnung! Das sag ich dir nicht! Warum nicht? Achso! Verdammt! Ich muss sagen, warum ich bin Haus! Äh... Peck, ich... ich jetzt weiß irgendwer wer sitzt! Gamer ist es! 100 Mal jetzt schon! Ja, es gibt aber zwei Traitor, du dumm Backe! Was machst du denn da? Ja, stuck da hin! Wie kommst du denn da hin? Hier, warte, ich werf mal den Discombo da hin! Scheiße! Nein! 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 Hört auf! Ach man, die ist da wieder runtergerollt! Warte, ich guck mal, da ist noch einer! Lalalala! Ey, wieso schießt ihr auf mich? Admirallata! Oh Leute, warte mal! Ich bin dumm! Ich schieß doch gar nicht! Ich bin doch hier oben! Irgendwer hat auf mich geschossen! Ja, aber ich doch nicht! Ja, das war klar, Mann! Ja, geil! Ich hab das gar nicht gecheckt! Warum hab ich eigentlich aufgehört... Warum hab ich eigentlich aufgehört zu schießen, Mann? LOL! Die macht auch damage, ey! So geil! Boah, das war voll krass! Boah, das war voll krass! Ein Nico schreibt meinen Namen, und jeder denkt sich ja, dass ihr seht... Ja, das hab ich... Boah! Aber es gibt... Also es gibt wirklich keine Taste, wenn man die gedrückt hätte... Was ist denn so? Das heißt, ihr müsst auch immer zweimal drücken, oder was? Was ist das denn? Also, um wieder... Also, wieder nochmal drücken, um wieder aktiviert zu haben. Ja, aber so... Ja, so... Per-peck, die Runde gerade! Hey, auch gibt's denn nicht so die Taste, wobei gedrückt hätte, als man gemütet wird? Warum gibt's denn sowas nicht? Nein! Warum nicht? Warum gibt's dich? Warum gibt's dich? Warum gibt's dich, Marco? Ja, ich würd mich mal nicht lang! Ja, ich hab's ja nicht so gut! Ja, ja, ich hab's ja nicht Gewicht Ja, ja, ich hab's ja nichtll! der stelle der Arme an der Stiftung der Tat da 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 Arne Probe aber alle jahre zu tun hat er ein paar Jahre an einer der Runde Prozent 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 der Bewerbungen das die Klavier Euro auch das ist ein bisschen Leute sich die Sorge der Bewerbungen die Welt Blut und wo er das eine abgekackt eine Bewerbungsreise der Abenteuer das Abwirkungsproziert ich bin eine tot siehst du doch den 1 1 1 von 3 bis abkünften zwei jahre unter gefallen wir haben gerade gesagt ist er runtergefallen eines abgleichs der rote vorgestoßen also ist er unter der untergefallen und er hat irgendwas mit david erwähnt newton launcher er hat was die sicht angeht die sicht angeht das würde ich mit newton er hat mir was von woanders aber ich schieße es auf david david er sagt es das ist ein Schilder damit es geht wir hatten die Ziel die Zielgruppe er hat 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 er im Haus drin bei der geringer werden er hinten müssen der Treppe nach unten eigentlich darf das nicht hin und das ist vorne er hat er war da konnte ich Fenster rein Au. Scheiße. Äh. Überlebst du? Überlebst du? Überleb ich? Ja. Ich glaub, der hat sich weggeportet. Das wär' ich dir gewesen. Hahaha. Okay. Wer ist es denn jetzt? So. Ich weiß nicht. Da, 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 da. Oh. Ah, LOL. Ehh. Ah. Ihh. Uh. 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 Ihh. Uh. Uh. Perfekt. 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 Ich töte jetzt einfach jeden. Okay. Ja, waow. Das nerf hier. Ja, dabei ist aber nicht Marco. Okay. Na. Ja wie? ich dachte es leben nur noch die Traitor nee Marco äh ich meine äh es ist praktisch gar nicht so was zu haben und er lebt auch aber ich möchte bei den Zuschauern den TS-Sound auf dann kann man eigentlich den TS-Sound aufstellen, dass es immer so piepst ja der der mich findet der ist es halt mann oh hi kann man das irgendwie aufstellen, das ist auch so ähm dass man hört, dass ihr irgendwie, ähm, Buddy-Journey-Channel und so oh shit Michael ah shit aber es nervt ja schon, dass er das wegfällt da wird es nicht gehört Newton-Norcher also die Leute, jetzt solltet ihr, äh, also ich war jetzt an meinen Zuschauern die jetzt passiert äh wenn ihr Nico zum zweiten Mal Newton-Norcher von mir äh vielleicht schlecht, weil keine Lappen zu kommen, man kann eigentlich nicht mehr tun die Leute sind taub, sie ignorieren dich zum dritten Mal, ich hab mich mit Newton-Norcher getötet genau so wie Julia das war so ausgehend, dass es da mit gewesen wäre ich dachte, das kam auch so ganz richtig ich dachte, das ist kein von blauen Haus, Alter hä, dann ist es X, 12 X, Y, Z, Mann ja, mal 3 X, Y, Z nein, 12 X, Y, Z, mal 3 hoch 4 hoch 4 ich hab mich nicht geportet, das Glocking-Device ist nicht umsonst drin ach ja, stimmt aber jetzt für 30 Sekunden ist in Ordnung, ne? ist ja auch Dein zu, naja, das ist ja alles ja die Erfindung von Flocking-Device ist nie umgekehrt, ne? also du bist jetzt straight, dann mach das nur, damit ich dir wieder vertraue, Alter hä, noo, bitteschön ich hab ne Incentriere hier, die schenk ich dir mit Kuh wer hat die Incentriere geworfen? ich hab ne Incentriere mit Kuh Alter, ich hab ne Incentriere mit Kuh Alter, ich hab ne alle, ne? Gamer, 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 Gamer Alter, sieht so aus wie Armeister, Alter, sieht so aus wie Armeister, Alter, sieht so aus wie Armeister, so Armeister, Leute oh, bist du grad nicht stopp? bei Blauen Haus waren gerade alle 5 von euch hab's doch gesagt, Gamer ist es mal hey, ich war gerade bei David ihr so vertraut mir niemand ja, ihr wart gerade alle beieinander, Alter, das war nicht Gamer ach doch, okay Marco schreibt immer Gamer oh, oh, oh oh, oh, oh 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 Francesco, okay, oh, oh oh, oh oh, ok, Marco auch mit der Klinik doch und hat die Bühne der muss immer unterhalten und an die Kofi geht es dir weil er hat einer mit Sparta den ganz getötet als er hat er den 1 Niko ist es er hat mit dem Ausbildungshaus er war sie mit dem Ende des Hauses in das Haus der Titel und Niko ist jetzt unten beim Fenster Dings der große fester kompromiss ich bin schon über eine höchstens weg ich muss ich muss ja es machen ok nein doch nicht waren aber ich habe ihn verpasst die sind mit der nebene gerade geht es schon jetzt gleich hoch die körperung der hälfte der getötet einer er dann guck mal über dich also da wird die tippes mal ist weil ich gehe mal eine idee die angenommen hat was ich ihm zu traurig würde ich habe ich wollte sagen dass er in die tippe angenommen hat habe ich gerade nicht sicher wird aber das ist schon da wird es meint ja der verfolgt mich. Ja, das ist David. Ach du das? Ja, David ist es. Hab ich dann bewusst. Stört doch! Nein, hab David. Bam, Junge! Nein! Ich hab einen Waterkick getötet. Ah, verdammt! Kakariko, Kakariko! Los, Tempel! Terror Train! Terror Train! Ja, Terror Train! Ich hab zwei Waffen im Grunde. Wer fehlt, ist hier Marco? Ja, ich fehle, ich laufe die Wettbewerber. Ich hab die Wettbewerber. Wie gesagt, da soll es lieber hier nicht runterfallen. Ich mach die Versuch, die seit fünf Minuten mit E-Aufs machen. Du musst dagegen laufen. Ich bin hier auf. Jetzt bin ich drin. Aber ich bin leider nicht zu gar. Das ist ein Wettbewerber. David, ich sehe dich dahin. Ich bin da hinten. Na, du musst mal hin. Du musst mal zu der Leiche hingehen und dir das anschauen, wie sie sich bewegt. Also David ist auf jeden Fall ein bisschen. Wer grad ruhig gesagt? Eh, Flo hat auch halt früh gesagt, oder? Leute, wie die Leichen ganz einfach nur gefahren hat. GADAMEL! 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 Warten wir mal ganz kurz hier. Bis es in Finn sind schon die Landschaft, die nicht immer gleich ist. Meine Fress, das wird wieder dauern, bis ihr euch mal findet. Nee, glaube ich nicht. Ich möchte mal ganz kurz was abwarten, kurz. Ah, okay. GADAMEL! 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 Ich glaub, Gamer ist tot und guckt mir grade zu. Bist du überhaupt zu gännen, oder was? Ja, und deswegen dauert das jetzt noch eine halbe Stunde das Spiel. GADAMEL! GADAMEL! Ich fühl mich, als würde ich mich nicht bewegen. Als würde ich aber nur hochratzen. Warte, ich will mal was. Nee, klappt nicht. GADAMEL! 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 Okay, Gamer ist tot! GADAMEL! 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 ich finde ich auf dieser map ist wenn jemand ein disco wird schon schon so ziel versuch dem ort versuch als ich finde wir das in industrielle also das ist schon ein tötungsgrund es ist kein versuchte das geklappte mal ich habe gerade die erfolgreiche also disco bewerfen ist eigentlich schon tötungsgrund tötung tötung ja es ist ja fast wie ziel ist tötung